Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 19. Juli 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1043. Und ja, ich bin wieder zurück, nach meiner zweiten Spritze endlich wieder da. Automatic, ARD, Petal Maps, Malaysia, Tesla und Elgato. Dann wollen wir doch mal starten. Zuallererst hat Automatic wieder mal zugeschlagen und hat sich Pocketcast gekauft. Für all diejenigen, die sich nicht ganz so viel und intensiv mit Podcatchern befassen, Pocketcast ist einer der besten, weil sie auf allen Plattformen laufen. Andersweitig mit speziellen Voraussetzungen gibt es speziell bessere, aber wer auf unterschiedlichen Plattformen unterwegs ist, wird mit Pocketcast am besten bedient. Und genau die haben wieder mal einen neuen Partner, nee, neuen Inhaber bekommen. Vor circa zwei Jahren hat nämlich die Radiogesellschaft rundum NPR, das ist so das amerikanische Radionetzwerk der, ja, wie heissen die, offenen Radios, glaube ich, die haben sich das Ganze gekauft und die App so ziemlich so belassen, wie sie war. Und das war auch gut so. Und jetzt haben sie, wie gesagt, einen neuen Übernahmepartner gefunden und den ich mir vorstellen könnte, dass die App auch so bleibt. Denn das ist bei Tumblr geblieben, bei Simple Note und auch bei Day One, was erst gerade kürzlich gekauft wurde. Die Rede ist von Automatik. Automatik, wem das nicht wirklich viel sagt, das sind die Macher hinter WordPress, die, ja, WordPress rausgeben und pflegen etc., die haben sich jetzt eben die Pocketcast abgekauft und da habe ich gute Hoffnungen, dass es bei dem Ganzen bleibt und oder, dass das Ganze sich dann auch vielleicht ein bisschen anders und oder besser in WordPress integrieren lässt. Wir werden sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Dann gibt es Neuigkeiten von Amazon Music, deren Podcast-Abteilung hat nämlich wieder mal was gemacht. Nichts weltbewegendes, aber sie haben es geschafft, die ganzen 350 Formate von der ARD, also alle Podcast-Formate aus dem öffentlichen Fernseher in Deutschland, haben sie jetzt eingegliedert und die kann man jetzt über Amazon Music, also eben den Amazon Podcast-Teil anhören. Das Ganze funktioniert auf den Endgeräten in der Musik-App, aber natürlich auch über den Sprachassistenten, dessen Namen ich jetzt gerade nicht nutze, in den Shownotes auf daily.geektalk.ch oder im Podcatcher eurer Wahl seht ihr da noch ein Tutorial verlinkt, wo ich euch die ganzen Sprachbefehle eben für Alexa aufführe, wo ihr das Ganze mal ein bisschen austesten könnt. Erst gerade in der letzten Episode habe ich euch erzählt, dass Neu die Nuki-App auch auf der Huawei Watch 3 verfügbar ist. Neu hat auch Huawei selber eine neue App da draufgebracht und das ist die Paddle Maps App. Wem das nicht sagt, Paddle Maps ist die Karten-Alternative zu Google, Apple Maps etc. von Huawei und die funktioniert jetzt auch auf der Uhr. Das heisst, Navigation gibt es jetzt auf der Uhr und das à la Apple mit, wenn man nicht hinschauen kann, weil man ja halt eben fährt, gibt es dann eben Informationen nach links und rechts mit unterschiedlichen Vibrationen. Sehr, sehr angenehm und funktioniert auch gut, wie ich schon selber feststellen durfte, auch wenn nur auf dem kurzen Weg von zu Hause bis ins Büro. Aktuell funktioniert das bei uns im Dachbereich zumindest mit dem Fahren, also dem Autofahren und dem Gehen. Was noch nicht funktioniert, sind die Radfunktionen, die sind leider bei uns in der Dachregion noch nicht freigeschaltet, weder in Paddle Maps noch eben logischerweise dann auch nicht auf der Uhr. Wer sich Paddle Maps ein bisschen genauer anschauen möchte, auch dazu in den Shownotes auf daily.giktok.ch und oder im Podcatcher eures Vertrauens ein Video von mir verlinkt, wo ich mir die Paddle Maps Geschichte mal ein bisschen genauer angeschaut habe. Dann gibt es Neuigkeiten und ja, wir haben halt Sommer. In Malaysia hat man Bitcoin-Mining-Farmen mit einer Dampfwalze zerstört. Grundsätzlich, ja, bin ich der Meinung, dass wenn Menschen, die Straftaten begehen, auch bestraft werden. Ich meine eben, wenn man zum Meinen Strom klaut und damit sehr, sehr viel Geld einfährt, ist das natürlich nicht das, was man möchte. Was man aber auch nicht möchte, ist dieser Welt noch mehr Elektroschrott, und zwar nicht mehr wiederverwendbarer Elektroschrott zuzuführen. Und das haben leider die, wie heissen die Menschen, die Strafbehörden in Malaysia getan. Die haben nämlich plakativ und für alle als, in Anführungs-Schlusszeichen, Warnung die Mining-Produkte, also die Rechner mit einer Dampfwalze überfahren. Wie gesagt, macht natürlich Eindruck, aber eben Elektroschrott, der nicht mehr wiederverwendbar ist. Und das ist schlecht. Dann gibt es Neuigkeiten von Tesla. Wieder mal, wie hat Achim früher immer gesagt, keine Geek-Talk-Daily-Woche vergeht ohne eine Tesla- oder zumindest auch Elon Musk-Neuigkeit. Denn derjenige hat nämlich getwittert, dass in den europäischen Staaten, also in Europa besser gesagt, die Leistung der Supercharger-Netzwerke gesteigert wird. Bis anhin konnte man 250 Kilowatt raussaugen. Ich meine, bei uns gerade drei Dörfer weiter gibt es so einen grossen Parkplatz, wo man das kann von Tesla. Und die werden jetzt auf 300 Kilowattstunden hochgeschraubt. Das ist besonders in Deutschland interessant, denn da sind noch viele auf 150 Kilowatt beschränkt, was dann da ja gleich eine Verdoppelung ist. Gleichzeitig hat er auch bekannt gegeben, dass er im Zuge der Hochwasserschäden in Deutschland, Benelux-Ländern, ich glaube Belgien, Niederlanden etc. ist da noch betroffen, einschreiten wird. Er wird kein Geld spenden, aber die Leute, die da in der Umgebung wohnen, können kostenlos ihre Autos aufladen. Im ähnlichen Zug hat unter anderem auch Apple zum Beispiel Beträge gesprochen. Die Höhe erkennt man nicht, aber Tim Kock hat etwas getwittert, dass sie eben da in die Richtung Geld spenden möchten. Und das tun sie ja in letzter Zeit, in den letzten paar Jahren, bei jeder grösseren Katastrophe, Haiti etc. In den letzten Jahren war er auch immer mit dabei. Und dann gab es ein kleines Feuerwerk, und zwar ein Hardware-Feuerwerk von Elgato. Zum einen haben sie ein neues Produkt, eine neue Produktkategorie vorgestellt, immer gerichtet an Streaming-Menschen. Zum einen ist das eine neue Webcam, die für Content-Creators oder eben Streamern geeignet ist. Full HD, 60 Frames per Sekunden, mit einem Sony CMOS-Bildsensor und so weiter und so fort. Weitere Details wie immer verlinkt bei uns in den Shownotes. Aber dazu gekommen ist auch ein neues Interface, ein XLR-Interface. Da horcht meiner einer auf, denn ja, Podcast, Mikrofone etc. Klingt sehr, sehr spannend. Und für das Mikrofon, über das ich hier heute gerade reinspreche, über das Elgato Wave 3, für das haben sie zwei neue Mikrofonarme vorgestellt. Einen kleineren, ein bisschen grösseren, höher verstellbaren etc. Das wird also sehr, sehr spannend, was es da so Neues gibt in dem Bereich. Ich bedanke mich, dass ihr wieder mal reingehört habt. Ich hoffe, dass ihr einen guten Start in die Woche habt und würde mich freuen, wenn ihr mich in der nächsten Folge wieder hört. In diesem Sinne, bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.